Ja hi, der Sanjo hier nochmal. In dieser Folge habe ich eine vorherige Folge mit reingeschnitten, da die sehr kurz war. Gibst die jetzt da einfach mit dazu, aber seht selbst, habt einen schönen Tag, macht's gut, tschüss. Hallo und recht herzlich willkommen zurück, wir sind wieder da. Noch sind wir in der Hütte, wir sind ja zurückgegangen und haben ein bisschen Zeug, dort Fleisch reingemacht und so. Damit wir, damit wir ihnen endlich mal ein bisschen Schaden zufügen können. Wir sehen es ja an der Lebensleiste, ist nicht so pralle. Fledermaus ist natürlich auch wieder da, da ist sie. Bis jetzt läuft das ganz gut, tatsächlich in dem Spiel, bis jetzt. Mal gucken, was noch auf uns wartet. Wir haben ein bisschen was, Tag 4, wir haben Tag 4 überlebt. Ich wollte gerade schon wieder schreien. Und wir haben einiges aufgedeckt, da seid ihr seht selbst. Äh, äh, ich glaube er kommt. Musik setzt ein, irgendwas ist bei den Kameras. Ja, er kommt. Oder ein Bär ist es. Er kommt. Der ist in der Hütte! Und ich bin fast tot. Mach dich ab, du Schwein! Er will mich! Er will mich! Lass die Tür zu! Ist du wahnsinnig! Hallo? Der ist am Fenster! Geh weg, da vorm Fenster weg! Komm her! Warum ist das Scheiße? Was ist das denn? Das Radio richtet mich ab! Ich hab ihn erwischt! Feuer drauf! Ich tu doch alles, was ich kann! Ich hab keine Munition mehr! Doch! Wir erwischen ihn gut! Okay! Ich hab ihn nur tracking! Okay, okay! Ich hab ihn nur tracking gefasst! Okay, gut! Er ist noch da! Voll im Kopf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er ist noch da! Er ist noch da! Der will uns! Der will uns! Aber übel! Ich hab keine Heilung mehr! Ich hab... Also einmal hat er mich erwischt, weil er in die Hütte reinkam! Mich auch! Der zerlegt da irgendwas! Geh aus, du blödes Radio! Denk dran, verschwende keine Munition! Nur schießen, wenn er wirklich... Oh, ist der brutal, der Junge! Und dieses heißliche Radio! Ja, es geht auch nicht aus! Es geht nicht aus! Also... Hab ich getroffen! Okay, pass auf, wenn's auf! Huh! Ah, fuck! Ich hab' mich getroffen! Er geht aber auch nie! Nein, er geht nicht! Aber er wird schon gehen! Er wird schon gehen! Aber dann sind wir wirklich rechtzeitig in die Hütte rein! Leute, Leute! Ich nicht! Mich hat er ja voll erwischt, ey! Ja, ich meine allgemein! Beruhig dich! Yeti! Beruhige dich! Alter, Mann! Aber er kommt doch irgendwie nicht rein, oder? Nee! Ja, Gott sei Dank kommt er nicht rein! Er wäre tot! Du bist am Fenster, denk dran! Er kommt! Hat ihn erwischt! Ich hab' ihn auch nochmal Tracking verpasst! Sehr gut! Ja, er will uns! Er will uns! Oh, übel! Guck dir das an, wie der blutet! Ja! Weggekommen! Shit! Da ist er nochmal! Ja! Ich hab' bald keine Munition mehr! Meine letzten 10 Kugeln! Ja, ich hab' noch 12! Wie sollen wir ihn dann noch töten? Ich kann keine mehr verschießen! Wir brauchen auch noch Fleisch! Ja, ich auch nicht! Oh, Mist! Oh, Mist! Ich probiere dann einfach, mit dem Messer ein bisschen zu traktieren! Ja! Wenn er da hängt! Äh, 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 äh! Geh weg, Bigfoot! Ne, der erwischt mich sofort! Der erwischt mich! Oder wischst du mich mit deinem Messer? Ich weiß es nicht! Hast du Lebensvolumen? Bisschen, ja, glaub' schon! Guck mal, wenn ich an ihm rangehe! Ich hab' mal wischt! Ich hab' mal wischt mit dem Messer! Geh' weg, jetzt! So ein epischer Moment, ja, ey! Radio! Schaden genommen, hab' ich. Ich nehm' Schaden! Wenn er drin ist! Hör' doch auch darum zu kloppen! Ja, ich sag's, es soll's ruhig sein! Mann! Daß ich alles drinne! Ich schwör! Hallo! Hallo, hallo! Und willkommen zurück zu Bigfoot! Ja, ihr habt' sich schon drücken hören! Ich hab' noch gesagt, sei einfach ruhig! Wenn ich jetzt loslege! Da ist die Fledermausch wieder dabei! Das ist bei uns, ja, das ist bei uns nie so richtig hinhaut! Ich hab' erst Hilfes-Hit-Z gefunden! Ja, nice! Gib' her! Bist du blöd? Nein! Ey, sag' mal! Vielleicht kommt hier wieder dieser widerliche Bär und dann bin ich am Arsch! Stimmt, der müsste da vorne irgendwo sein! Das letzte Mal lief das ja richtig gut! Wirklich lange auch richtig gut! Wir hatten Good Stuff! Wir waren in der Hütte! Bis Mr. Klopsy sich da reingepackt hat und dann hat er uns... Wo war die Hütte im Übrigen nochmal? Hier vorne gleich irgendwo! Ne, ne, das ist ja random! Die kann jetzt auch... Na, die müsste hier unten sein irgendwo! Da ist sie doch! Wo denn? Du hast Träten, aber ich ersprenne dich nicht rund, ob's doof! Bist du? Also ich geh' mal... Ich geh' mal... Du kriegst mein Erste-Hilfe-Set nicht, das sag' ich dir! Aber wenn ich das brauche, dringend... Nein! Wenn ich draufgehe und so... Guck mal, hier ist die Hütte! So, dann decken wir uns gleich ein! Unser Discord-Lection! Ja, ich hör's! Hallo! Jo! Ja! Bin da! Das verlassene Forschungslager! Ich geh' erst mal auf... Ja? Was ist? Hilf mir! Wo denn? Schöne Witter! Mann, du blödes Mistvieh! Ich komme! Oh ja! Ey, schon wieder dieser widerliche Scheißbär! Ist der schon wieder da gewesen? Ja, natürlich! Das gibt's ja auch nicht! Ich wusste doch, ich hab irgendwas gehört! Und ich hatte warum auch immer mein Scheißmesser wieder nicht dabei! Wo ist die Hütte? Da ist die Hütte! So! Warst du schon drin? Nein, war ich noch nicht! Das ist das Dixi-Klo! Ja, da waren aber Facken drin! Und machst du dich nicht zu, wenn ich noch drin bin! Ey, sag mal! Du Idiot! Wie sprichst du eigentlich mit mir, sag mal? Entschuldige bitte! So, ich hab jetzt vier Fallen! Das war nicht die Absicht! Ja, das ist alles gut! So, vier Kameras habe ich mir genommen! Verdammt! Stecker packe ich mal hier rein! Soll man warm machen? Ich habe leider das zweite, erste Hilfes-Hit eingesteckt! Ist nicht schlimm! Na, wenn du eins brauchst! Ich habe eins! Achso! Ich habe tatsächlich eins! Also, die Crackling-Kugeln willst du hier nicht? Oder was ist die hier liegen? Äh, ich habe schon einmal eingeparkt! Hast du die ganze Gewehr-Munition genommen? Oh! Habe ich nämlich gar keinen! Dann kannst du mal übertragen dann! Ja! Okay! Du spielst wieder Gitarre, alles klar! Komm, ihr bleibt stehen! Ja! Ähm... Mhm! So! Da hast du! Sehr gut! Wieso kann ich mich nicht bücken? Äh... Ach, jetzt! Mit alt war das! So! Dann stellen wir mal ein paar Fallen auf, ne? Mhm! Hast du Fleisch schon in den Bären bekommen? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Ähm... Moment! Einmal! Mhm! Wieso gehst denn du eigentlich gleich schon dahin? Das ist doch kacke! Soll ich mich mit mir in der Falle hinlegen? Äh... Ich habe keine Ahnung! Irgendwohin! Ich habe die liegen hier aus, äh, wo? Ich habe eh plus einer! Kann ich ja nicht hinlegen! Naja, auf Wasser gehen die auch nicht, ne? Auf die zu Eis! Aua! Ich bin ja auch behindert! Manchmal! Ohohohoho! Bin ich in meine eigene Falle reingelatscht? Oh, manchmal echt! Alter! Es wird schon wieder dunkel! Läuft! Wow! Hier ist ja eine Falle! Ja, aufpassen! Die liegen hier überall so ein bisschen verstreut. Ist echt aufpassend, dass ich da nicht selbst reinlaufe. So! Da ist ja schon wieder dunkel wird hier. Hm. Aber wir müssen irgendwie was jagen, damit wir Fleisch bekommen. Ich sollte auch mal meine Waffe ausrüsten. Einfach erst mal. Und ich brauche... Ich muss die anderen Kameras noch aufstellen. Auf ein neues Jahr, der Scheiß. Ja, wir haben immer noch Spaß daran. Liebe Leute. Es macht tatsächlich immer noch Spaß. Endlich mal gewinnen wir hier. Hm. Kennen wir ja von Passify, ne? Hm. Das war auch so ein Ding. Oh, ewig hat's gedauert. Wir haben's aber durchgespielt. Ja, und das werden wir mit Bigfoot jetzt auch machen. Kann nur noch... Kann sich nur noch um Jahre handeln. Also ich hoffe, ihr habt dickes Fell. Sehr dickes Fell braucht ihr. Ja. Ich hab doch meine Waffe schon mal noch nicht ausgerüstet. Gewehrmunition. Ah, gucken, vielleicht kann ich ja irgendwas schießen. Ciao. Äh, was? Ich bin weg. Wieso? Wo willst du denn hin? Nach Hause. Schon? Ja. Ich hab Angst im Dunkeln. Weißt du das nicht? Nee. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hab schon immer Angst im Dunkeln gehabt. Ja. Schon als kleines Kind. Ah. Okay. Bin nur noch bei 5. 31 Grad. Celsius. Mir im Aufwärm. Was war das eigentlich jetzt gerade? Was denn? Ganz merkwürdiges Geräusch hier bei mir. Oh, dann kommst du schnell nach Hause. Gleich. Machst du da noch? Stecker sammeln, Steine sammeln, Falle aufstellen. Bisschen gut. Kamera aufstellen. So, Kamera und fallen. Eine Kamera habe ich noch. Nehme ich jetzt schon in Erste Hilfe-Kit? Das ist eine gute Frage. Wenn du dich nämlich jetzt erwischt, dann bin ich nämlich hin. Naja, dann solltest du nehmen. Du musst bloß aufpassen, dass du dich mit dem Medikid nicht überheilst, weil dann hast du dich ja verschwendet. Hm. Hm. Hat's gut. Finden wir denn irgendwo mal ein Tierchen? Ist wahrscheinlich hier im Schnee ziemlich schwierig. Außer Fledermaus kommt wieder raus, dann kommt meistens immer ein Bär. Dann würde das hinhauen. Schon zum zweiten Mal. Hm. Hm. Oh, wie schön. Lief ja beim letzten Mal schon so. Direkt. Ich höre eine Krähe. Aber die kann ich wahrscheinlich gar nicht schießen. Also, ich frage mich, wo du schon wieder rumkraust. Du bist meilweit weg von unserem Zuhause. Ja, ein Stückchen bin ich gegangen. Hast du einen am Sender oder was? Wenn Bigfoot jetzt kommt. Der kommt ja eigentlich jetzt den ersten Tag noch nicht. Hm. Ja. Wahrscheinlich, weil er sonst irgendwo ist, da wo du jetzt bist. Das war nur Tag 2. Ah, jetzt ist er sich gleich unter die Hosen gekackert. Ja, ist doch schon wieder eine Weile her, als wir gespielt haben. Mann. Ach, Mensch. Wo krauchst denn du rum? Komm mal gleich. Ich komm gleich. Findest du wenigstens irgendwas anständiges? Leider gerade aktuell gar nicht. Ich hänge, ich hänge zwischen zwei Bäumen fest. Ich hab was gefunden, da hinten leuchtet irgendwas. Ich komme, du wundervoller Leuchtpunkt. Oh. 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 Eine Zuflucht gefunden mit einer Falle. Aber leider kein Medikit. Das Medikit bräuchten wir eigentlich immer. Ja. Ah. Wir brauchen vor allem Munition. Oh, boah. Da hast du recht. hast du was gefunden was denn wow ich höre dich schießen ich hoffe du schießt die mit den tracking kugeln du hast du aus dem fuchs geschossen blöd oder was viele mumpeln verschossen jetzt wo ist es denn es weg darf ich jetzt wieder reden ach lass mich du hast den hirsch verscheucht ich war nicht mal in der nähe ich wollte aber hier unten lang laufen man nicht getroffen klopft es ich habe drei mumpeln verschossen unglaublich für nichts und wieder nichts nicht so gut noch schlimmer hat er noch sieben schuss im übrigen man ich stelle einfach hier mal noch die andere verlauf die ich hier gefunden habe werde sie trotzdem schon mal vertanen vielleicht geht ja ein anderes tier aus ob ich gut da auch rein mal gucken oder ich oder du bist du reingeladen ist mir auch schon passiert ich weiß ich habe noch einen aussichtspunkt gefunden glaube ich aber alter ja turm erstmal warm machen 34 35 36 ein erster hilfeset juhu ein kamera akku ein kamera akku was das denn ich weiß nicht weiß ich gar nicht wir gucken mal einfach mal kameras hier kamera 1 sieht gut aus natürlich fläder maus du musst zurück war das bigfoot ja er ist aus seinem tiefschlaf erwacht wahrscheinlich aber ziemlich nah ja ja trau mich nicht allein nach hause ich bin aber schon zu hause ich weiß dann kommt schnell das hotel ist ja gleich da oder nee du bist immer noch bei der jagdhütte trau mich nicht weg stehe auf dem jagdturm weil ich hoffe dass ich sehe das ich sehe das wolf ich höre wolf was machen wir denn mit dieser signalpistole haben wir das nicht schon mal gelesen irgendwo sie können feuer und räume verwenden um sich zu warm halten damit bigfoot die fallen nicht bemerken muss sie getarnt werden die einträge an einem freund zu übertragen bigfoot reagiert sowohl auf köder als auch auf tote tiere mit der anzahl der spieler steigt der loot kamera piept verwenden sie zu verteilen sie proviant suchen sie nach nützlichen loot in der umgebung und effizienter zu erhöhen setzen sie die falle an verschiedenen stellen aus töten die tiere und mehr fleisch zu bekommen ja ne mit der dicks steht leider gar nichts da probier einfach mal wenn man natürlich auch laden sie kommt zu dir geflogen siehst du die habe ich gesehen weiß weiß bescheid ich bin auch noch da ne ja ich sehe das auch auf der karte auch gut auch recht wo du bist ach so ich dachte schon das ist die die leuchtkugel auf der karte das wäre lustig nein 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 alles gut nein 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 bigfoot wenn du kommst bitte laufen die fallen rein und dann geh wieder schläder maus kämpfte mit bigfoot glaube ich oh mein gott und er kommt jetzt direkt auf mich zu ja 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 viel spaß guck mal ob du schnell dabei was ich ihnen abgezogen habe nichts drei marken schossen mit den schaden kugeln sie muss sowieso kein schaden eigentlich muss ich die position ja ja klein bisschen das neue tracking kugeln du sollst immer noch einer verschließen so ok 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 leute es geht los er ist gleich bei mir ich höre ihn stampfen ich höre ihn stampfen bigfoot nein geh weg der rastet aus ok 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 ja da geht weg der war bloß kurz hier hat durchs fenster durchs fenster gegriffen und dann ist weg natürlich mich hat er fast tot geschlagen gott sei dank ich habe es überlebt ja eine nacht sich kamera gefunden und zwei erste hilfe der ist auch glaube ich die falle reingelaufen kann das sein ich glaube ja guck mal was der abgezogen wurde er ist in einer falle rein die ist auch kaputt die woanders sind stellen die ist kaputt sehr gut die falle ist kaputt das ist nicht sehr gut weil das schlecht ist warum aber die nicht mehr verwenden können ist kaputt wir müssen eine neue falle finden für diese als ersatz ok also bigfoot hat schon mal ein bisschen erlebt kugeln kacke ich habe auch noch nicht mehr so richtig viele gewehr munition ist kannst du mir verraten was du da eigentlich die ganze thema machst ich war der hütte habe ich gewärmt was ist was war unten was gefunden oder nein 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 was ich habe nur noch 32 grad celsius gehabt aber da unten drunter unter dir ist doch so eine fahne was ist das denn naja das war ein häuschen da war ja da war was hallo da war was die nacht sich kam okay hier kam leider nichts an durch das kurz mal wieder auch schön versuch bitte nicht so viel schaden zu kriegen wir brauchen die erste ist es jetzt einfach so kommt bestimmt bald wieder noch ist er noch besser zu sehen doch erst bei der näher noch genau ich will auch jetzt nicht zu weit gehen da könnte bestimmt gleich über angeschissen ich weiß nicht wo er ist ich weiß nicht wo er ist der muss da oben sein verpasst ihn auf jeden fall noch mal eine trekking kugel die geht schon langsam weg verliert die irgendwie wo kraut er rum immer noch hier eben mir ich sehe aber nicht da hinten muss der irgendwo sein bei dem nebel und bei dem weißen auf weiß sieht man den echt gar das egal ja das gott ist echt ein trick manchmal nicht immer aber manchmal schon so Scheiße! Irgendwas kraucht und flögt hier rum. Ich hoffe, es ist kein Woll. Nein! Wo ist er hin? Oh Mann, ich war doch noch gar nicht so nah dran. Komm, was war das? Sanja, du bist ja hier bei mir fast. Mhm. Hast du auch was schießen wollen? Ja, ja. Ja, jetzt ist hier auch noch ein Reh an mir vorbeigerannt, aber es ist nicht mehr da. Nein, es ist ja auch hier irgendwo lang gerannt von mir. Egal, weiter geht's. Brauchen dringend... Wobei, er ist ja doch in der Falle, da hattest du überhaupt ein bisschen Fleisch reingemacht, ne? Hier ist noch so ein Turm. Alter, Jagd-Turm 2. Gewehrmunition! Sanja, komm zu mir, schnell! Wir sind zwei Erste-Hilfe-Sets. Jo. Ich hab schon fünf. Wie viel hast du? Pst! Mist! Kacke! Die Tiere sind aber auch schnell. Waschbär ist tot! Oh yes! Nimm ihn aus! Mach ich! Also wenn Sanja jetzt zu mir hier gelangt, machen wir hier auch an dieser Stelle einen Cut. Mhm. Alles über 20 Minuten ist Luxus. So. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut unbedingt bei der nächsten Folge rein. Und bleibt dran. Bigfoot ist wie ein Verrückter nach uns. Mhm. Den werden wir noch öfters sehen. Unser junges, süßes Blut. Ja. Da würdest du nur zusammentreschen und dann wieder abhauen. Das ist einfach ein Schläger. Oh, ich glaube Bigfoot hab ich gehört gerade. Komm doch bitte her. Ich komme doch. Ich komme doch. Ich bin sofort da. Komm doch. Ja. Kann doch nicht hexen. Hier ist halt auch alles voller Tiere. Nur mal so zur Info, ne? Dann schieß sie. Ich kann dich ja nicht, wenn du so hetzt. Ich komme. Sunny, Bigfoot ist hinter dir. Mach keinen Scheiß. Schnell. Oh. Oh, du hast mich reingelegt. Dove Eule. Ja. Ja, gib her. Juhu. Bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut. Ciao. Tschü.